Herzlich Willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal! Ich sitze gerade hier mit Lukas Deutscher. Er hilft Immobilienbesitzern in der Schweiz dabei, die Rentabilität zu verbessern und mehr aus ihren Immobilien rauszuholen. Vielleicht kannst du dich einfach nochmal ganz kurz vorstellen. Ja moin, danke, dass ich hier sein darf. Ich bin Lukas Deutscher, professioneller Kurzzeitvermieter. Ganz einfach heißt es, wir mieten Wohnungen und vermieten die für kürzere Zeiträume weiter. Und wir sind immer auf der Suche nach neuen Geschäftspartnern, nach neuen Standorten, nach neuen Immobilien, in denen wir unser Business-Konzept für alle gewinnbringend einbringen können. Und ja, ich bin Feuer und Flamme für das Thema. Das werdet ihr auch gleich noch merken. Wenn ich jetzt ein Immobilienbesitzer bin in der Schweiz, vielleicht bin ich Unternehmer, der auch Rendite, Immobilien hält und so weiter. Was sind da so die größten Schmerzpunkte und Herausforderungen? Die Leute, die das machen, die werden es wissen. Aber größter Pain-Point ist immer der Mieterwechsel. Du weißt nicht, was kriegst du zurück, wenn du eine Wohnung vermietet hast. Dann hast du vielleicht in A- oder B-Lagen öfter auch mal einen Mieterwechsel, weil die Leute für einen Job umziehen oder Familie wird größer. Und wenn du dann alle 18 Monate neue Miete hast, musst du jedes Mal neue Mietersuche machen. Und das ist wirklich einfach nervig und kostet Zeit und bringt dann nicht mehr Geld. Und ja, das andere ist die Miet-Rendite-Objekte. Die sind gerade in der Schweiz jetzt nicht so, dass man vor Freude in die Luft springt, sage ich mal. Also die Renditen, wenn du da bei einem Wohnhaus 2-3 Prozent bist, kannst du dich fast schon glücklich schätzen. Und da haben wir halt einige Rädchen über die Miete, über die Kaltmiete, die wir machen können, an denen wir drehen können, um das zu verbessern. Um da mehr so in Richtung 4-5 Prozent, also eher Gewerbeimmobilienniveau zu kommen. Kannst du vielleicht trotzdem einfach noch mal ganz kurz erklären, wie funktioniert so eine Kurzzeitvermietung? Vielleicht auch für die, die jetzt gerade neu in das Thema eingestiegen sind mit Renditeimmobilien, die jetzt erstmal nur darüber nachgedacht haben, dass sie eben Langzeitvermietung machen. Vielleicht kannst du einfach noch mal ganz kurz die Grundlagen davon kurz erklären. Ja, also im Grunde genommen ist es sehr simpel. Wir gehen her und mieten eine Wohnung oder zwei oder drei oder vier an Standorten, die wir vorher analysiert haben, aufgrund unseres Business Cases. Das heißt, je nach Standort haben wir mehr Feriengäste oder mehr Businessleute, die da hinkommen. Und wir mieten die, möblieren die vollständig, setzen Prozesse auf, um diese Kurzzeitvermietung so effizient wie möglich zu machen. Und vermieten die Wohnungen dann für ein, zwei, drei Nächte oder auch mal eine Woche oder zwei Wochen, je nachdem, wie halt gerade der Bedarf ist. Manchmal gibt es auch monatsweise Vermietungen, aber der Kern ist irgendwas zwischen einem und 14 Tagen. Also wenn du jetzt mit deiner Freundin irgendwo in Urlaub fährst, bist du eine Woche da oder zwei und hast irgendwie eine geile Wohnung, wo du dich wohlfühlst, hast eine Küche dabei, ist einfach der Vorteil gegenüber von einem Hotel. Und das ist schon die ganze Magie dabei. Da steckt natürlich noch ganz viel, viel mehr dahinter, was du beachten musst, was für Regularien du hast, welche Möbel du kaufst, welche Bettrasche funktionieren und und und. Sieht so simpel aus auf dem ersten Blick. Genau, aber es ist unfassbar viel Arbeit, gerade beim Aufsetzen, aber dann auch im Betrieb. Es sind ganz, ganz viele kleinteilige Prozesse, die du hast. Und die einmal aufzusetzen und am Laufen zu halten mit den richtigen Leuten, das ist die Kunst bei der Business-Kurzzeit-Vermietung. Und deswegen haben wir da die perfekte Ergänzung mit Immobilieninvestoren, die sagen, die wollen das weiterhin langfristig vermieten, aber die wollen halt das eben nicht mehr haben mit dem Mieterwechsel und die wollen halt auch wissen, in ihrer Wohnung wird perfekt gepflegt, wenn was ist, wird sofort gemacht, wird regelmäßig gereinigt und und und. Das heißt, grundsätzlich kann man einfach viel mehr aus der Immobilie rausholen mit der Kurzzeit-Vermietung, aber da gibt es ja jetzt auch einige Unternehmer oder Immobilieninvestoren, die dann sagen, hey, ich will aber jetzt nicht die ganze Zeit verschiedene Leute da drin haben, werden dann nicht irgendwie die anderen Mieter belästigt oder irgendwie sowas. Wie sieht das da aus? Das kann ich total gut nachempfinden, dass diese Sorge da ist, aber die ist aus unserer Sicht unbegründet. Aus dem einfachen Grund, wir haben drei Bausteine, wo wir uns halt versichern können, dass halt entsprechend das nicht passiert, dass das zu einem Problem wird. Das Erste ist, wir schauen uns die Leute, wenn die bei uns buchen, schauen wir uns die an. Wir haben auf diversen Portalen, wo die buchen können, haben die Bewertungen eingetragen. Wir haben eine Mindestbewertungsanzahl, die wir brauchen, damit die Leute überhaupt bei uns buchen können. Sollten in der Kommunikation vorab irgendwas auffallen, wo wir aus der Erfahrung wissen, das könnte ein Problem geben oder er stellt Fragen, wo wir schon wissen, es könnte eventuell in Richtung feiern oder so, irgendwas, was man einfach nicht haben will, dann merkt man das vorher und du kannst die Leute dann einfach die Buchung stornieren und dann kommen die nicht. Das heißt, du hast eine Vorselektion an deinen Gästen, die du hast. Einfach über das System an sich. Dann haben wir Geräte in den Wohnungen, die messen permanent die Lautstärke. Das heißt, du kannst nachweisen den Gästen, das war zu laut und dann kannst du ihnen eine Verwarnung schicken und wenn sie darauf nicht reagieren, lassen sie es am Partner verlassen. Das setzen wir dann auch entsprechend durch. Das ist, kommt vielleicht einmal in drei Jahren vor, aber wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, überlegen zu können, dass sie sich nicht gesetzt den Vorschriften, die wir ihnen vorher geschickt haben, die sie auch akzeptiert haben, verhalten haben. Und natürlich, man hat den Vorteil, dass wenn mal jemand blöd tut oder einfach ein unangenehmer Mieter ist, der ist dann halt keine drei Jahre drin und nervt die anderen umliegenden Mieter drei Jahre lang und ist laut im Treppenhaus und so weiter, sondern der ist dann nach spätestens zwei Tagen wieder raus. Und das sind so alles Punkte, die für die Kurzzeitvermietung sprechen, weil man halt langfristig keine Probleme mit den Mietern hat, weil man die halt so in Anführungszeichen gut kontrollieren und vorselektieren kann. In der Langzeitvermietung hast du halt auch das Thema, wenn die ersten drei Monate cool ist, der Mieter, und dann irgendwann komisch wird, weil sich die Frau getrennt hat oder was weiß ich, ja, und dann aggressiv den Nachbarn gegenüber oder den Müll im Treppenhaus stehen lässt oder so weiter, den kriegst du ja nicht raus. Und das ist ein unfassbar langer Prozess, du hast einen riesigen Schmerz als Eigentümer, den da rauszukriegen, dann wird er natürlich die Wohnung entsprechend auch hinterlassen, das heißt, du musst dann alles wieder aufräumen. Das hast du bei uns nicht. Das machen alles. Wir als Mieter halten die Wohnung so in Stand, weil wir haben ja nochmal ein intrinsisches Interesse dann, weil wir damit ja auch Geld verdienen. Wenn die Wohnung nicht gut aussieht, wenn die nicht betreibbar ist in dem Moment, dann müssen wir schnellstmöglich dafür sorgen, dass wir die Wohnung wieder in Stand setzen. Ja, wenn jetzt mal irgendwie jemand ist im Koffer hängen geblieben, das wird direkt gemalert, da warten wir nicht drei Jahre, sondern das wird gemacht, weil die Wohnung muss super aussehen, weil es unserem Anspruch und den Anspruch unseren Gästen gegenüber einfach erforderlich ist. Jetzt nochmal zum Thema Langzeit- und Kurzzeitvermietung. Du hast bei den Langzeitmietern, hast du ja auch Leute da drin, die sind vielleicht drei, vier Monate lang cool und dann passiert irgendwas in deren Leben und dann fangen die an, im Treppenhaus nachts laut zu sein, weil die Frau hat sich getrennt oder der Job läuft nicht, wie auch immer. Und bis du so jemanden wieder raus hast aus der Wohnung, mit Anwälten und alles, was da drin ist, den ganzen Stress, den du hast, das Geld, was du da versenkst, dann geht er irgendwann aus der Wohnung raus, dann sieht die wahrscheinlich aus wie sonst was, weil er da natürlich nicht einsieht, wenn du ihn rausklagst, dann noch irgendwie was schön zu machen oder das ordentlich mit umzugehen. Im schlimmsten Fall musst du eine neue Küche kaufen und du hast das halt immer erst nach der Mietdauer, wenn der raus ist. Und das hast du halt bei der Kurzzeitvermietung nicht. Das heißt, du hast einfach viel mehr Flexibilität in dem Sinne. Und wenn du ja selber mal vielleicht als Unternehmer beispielsweise oder auch einfach als Immobilienbesitzer vielleicht auch selber mal in die Immobilie reingehen willst, das kannst du ja auch bei der Langzeitvermietung nicht, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, allgemein hat man einfach viel mehr Flexibilität, viel mehr Kontrolle, aber auch in dem Sinne und alles drum dran. Genau, also wenn wir das Objekt mieten, dann in Zeiten, wo es jetzt gerade nicht vermietet ist und der Eigentümer sagt, er würde da gerne was machen an seinem Inventar in der Küche, irgendwie neue Wände oder so an den Einbau und dann kann man das zwischendrin mal machen. Dann ist da auch niemand von gestört, dann haben die Handwerker Zeit zu arbeiten, dann kann man das auch blocken entsprechend. Dann ist es viel flexibler und sicherer, dass da langfristig alles gut läuft. Und wie ist das jetzt, wenn ich jetzt so eine Immobilie habe und ich stelle mir vor, da gehen natürlich laufend Mieter rein und raus, dann stelle ich mir vor, hey, die Abnutzung der Immobilie ist natürlich dann deutlich stärker. Vielleicht kannst du auch dazu noch was sagen. Ja, sehr gerne. Das ist in der Tat meistens nicht so. Warum? Heutzutage arbeiten ja viele Leute im Homeoffice, das heißt, sind viel mehr zu Hause. Wenn ich mehr zu Hause bin, dann nutze ich die Wohnung auch mehr ab. Mir privat ist es vielleicht auch nicht so wichtig, ob da jetzt mal ein Fleck an der Wand ist oder nicht, weil da eine Tasse Kaffee umgeschüttet ist. Bei dem ständigen Mieterwechsel, die Leute, die kommen ja nicht, um in deiner Wohnung oder in der Wohnung zu sein, sondern um die Gegend zu sehen, um zu arbeiten. Die sind unterwegs den ganzen Tag. Das heißt, die Wohnung wird in dem Sinn viel, viel weniger benutzt. Und wenn was mehr benutzt wird, dann sind das die Möbel und die liefern wir ja. Also das ist ja unser Inventar, aber der Wohnung an sich passiert in dem Sinne viel weniger, als wenn du jemanden drin hast, der da wirklich drin lebt und viel, viel mehr Zeit da drin verbringt, ja. Weil die Erfahrung zeigt, die Leute sind wirklich meistens nur zum Pender, abends mal irgendwie zwei Stunden Fernsehen gucken und gehen ins Bett und ja, wird noch ein bisschen gekocht. Aber tagsüber ist da halt niemand, weil da sind Pilatus oder laufen durch Zürich oder wie auch immer, ja. Oder sind auf Meetings. Und das ist eher das Gegenteil der Fall, als diese große Angst, die viele haben. Oh, meine Wohnung. Und wenn dann doch mal was ist, dann sind wir als Mieter ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, dafür verantwortlich und auch intrinsisch motiviert. Also wir stehen dann quasi auf derselben Seite, dass die Wohnung immer in einem Tipp-Topp-Zustand ist. Ja, das heißt, das hat man ja auch bei der Langzeitvermietung in dem Sinne ja auch. Also da kann es ja auch passieren, dass der Mieter dann trotzdem da irgendwas macht. Also und bei der Kurzzeitvermietung, wenn ich das richtig sehe, die Wohnung muss ja auch nicht jeden Tag gefüllt sein in dem Sinne oder vermietet sein, um entsprechend auch eine gewisse Rentabilität zu gewährleisten. Das heißt, ein Teil der Zeit kann die Wohnung sogar auch leer stehen. Das heißt, in der Zeit wird es ja auch nicht abgenutzt. Sehe ich das richtig, oder? Sehr, sehr guter Punkt. Also je nach Größe des Objekts geht die Vermietungsanzahl der vermieteten Tage im Jahr runter. Weil eine kleinere Wohnung mit zwei bis vier Leuten ist einfach höher frequentiert aufgrund der Nachfrage auf den verschiedenen Plattformen. Da hat man teilweise Auslastungen 80, 85 Prozent. Bei größeren Objekten hat man eher um die 60, 70 Prozent. Aber so aus Jahrgerechnet sind das dann halt immer schnell 100 Tage, wo die Wohnung einfach komplett leer steht. Und da ist dann natürlich auch keine Abnutzung. Nichtsdestotrotz bleibt alles angemeldet, die Wohnung ist weiter geheizt und es kann hier nichts passieren. Ihr unterstützt ja Immobilienbesitzer eben dabei, dass die das eben beispielsweise über Plattformen wie Booking.com oder Airbnb, dass es eben dann über euch beispielsweise vermietet wird. Warum sollte jetzt nicht selber der Immobilienbesitzer dasselbe machen zum Beispiel? Ja, warum sollte ich nicht Schraubenproduzent werden? Weil ich es nicht kann. Ich müsste das lernen. Ich müsste mich in das Business reinarbeiten. Und das ist in der breiten Meinung, ja, dann vermiete ich die mal eben unter, mache dann Inseraten. Ja, kann man machen. Aber wenn du es wirklich professionell, im großen Stil und skalierbar vor allem machen willst, da gehört einiges mehr dazu als mal eben. Das ist eigentlich wie ein ganzes Business, dass man neu wieder aufbaut. Das ist ein eigenes Business. Unternehmen zum Beispiel auch nicht weiter aufbauen. Oder eben, wenn man einfach Immobilienbesitzer ist und nicht Unternehmer ist, dann ist es ja trotzdem, man muss Zeit investieren, um das Ganze aufzubauen. Ganz genau. Weil es halt sehr, sehr viele kleinschrittige Punkte sind, die halt zu tun sind. Ja, und das braucht Zeit. Ich beschäftige mich jetzt seit dreieinhalb, fast vier Jahren mit dem Thema. Und ich würde nicht behaupten, dass ich schon alles weiß. Ich weiß schon eine Menge mehr, als jemand, der jetzt gerade damit anfängt. Und ich bin auch mit der entsprechenden Leidenschaft dabei, weil es einfach genau mein Ding ist. Du hast mit Immobilien, mit Leuten zu tun. Ja, du musst schauen, dass die Prozesse laufen. Und ich mache es einfach mega gerne. Und wenn du nicht selber diese Passion dafür hast, dann kann ich das nicht empfehlen. Wenn es wirklich professionell machen willst. Wenn du eine Wohnung hast und willst die selber betreiben, ruf mich an, dann trink mal einen Kaffee zusammen, dann erzähle ich dir ein bisschen was. Aber wirklich, wenn du es ernst meinst und ein Objekt hast mit fünf bis zehn, 15 Einheiten und das profitabel betreiben willst, dann lass es lieber uns machen. Du hast weniger Aufwand damit, musst dich in kein neues Business reinarbeiten und verliehnst trotzdem mehr Geld als vorher. Wie ist es, wenn jetzt so ein Immobilienbesitzer, der möchte jetzt mit euch zusammenarbeiten, weil er eben sich nicht um das alles kümmern möchte. Er möchte mehr Rendite erwirtschaften und eben auch mehr Flexibilität haben, was die Miete angeht und so weiter. Wie läuft das jetzt ab mit so einer Zusammenarbeit genau? Das ist pretty simple, so wie bei einem anderen Mietvertrag auch. Wir treffen uns und besprechen die Konditionen und dann unterschreiben wir einen Mietvertrag über die Einheiten, die er halt hat an einem Standort und dann gehen wir her und richten die Einheiten, die Wohnungen ein, hochwertig und ja, gemäß unserem Einrichtungskonzept, was wir haben, wo wir uns natürlich auch schon viel Gedanken zu gemacht haben und dann erstellen wir die Inserate und wenn die Fotos gemacht sind, die Texte geschrieben sind, dann gehen die Sachen online und dann beginnt die Kurzzeitvermietung. Der Eigentümer hat einfach dann den Vorteil, dass er sich für die nächsten drei, fünf oder zehn Jahre, je nachdem wie lange wir den Mietvertrag machen, keine Sorgen mehr um Mieterwechsel machen muss. Man kann sich sicher sein, dass die Miete kommt, weil wir ja damit auch Geld verdienen, dient es zum Geld verdienen und somit auch für den Eigentümer eine größere Sicherheit, dass die Miete immer pünktlich kommt und so, weil wir das halt weiter vermieten. Das heißt, es ist eigentlich so wie genau das Gleiche, eigentlich ein Mietvertrag, außer dass ein Mietvertrag mit euch abgeschlossen wird, mit dem höheren Zins und genau, ein Ansprechpartner und alles. Genau, ein Ansprechpartner und einfach dann über die Dauer des Mietvertrages einfach safe Ruhe hast und dir keine Gedanken mehr darum machen muss. Und du hast ja erwähnt, dass es noch eine zweite Möglichkeit gibt. Wie würde das dann aussehen? Genau, die zweite Möglichkeit wäre, dass der Eigentümer und wir zusammenarbeiten und wir der Immobilienverwalter werden. Sprich, wir machen das auch, kaufen die Möbel, aber die werden vom Eigentümer finanziert. Wir erstellen die Inserate, kostet aber Setup-Fee. Und dann würden die Einnahmen aus der Kurzzeitvermietung beim Eigentümer bleiben, aber auch sämtliche Kosten plus uns als Verwalter, plus das unternehmerische Risiko. Das heißt, wenn man jetzt mal als Beispiel zwei Monate Leerstand hat, dann kommt halt kein Geld an. Bei uns als Verwalter dann auch nicht, weil das auf einer Umsatzbeteiligung beruht. Aber nichtsdestotrotz ist man dann einfach im Risiko, hat ein höheres Budget, was man braucht, um die ganzen Einrichtungen zu kaufen und so weiter. Und wie schon vorhin gesagt, du hast halt auch das Thema, dass du, dadurch, dass du das Business nicht kennst, kannst du ja nicht kontrollieren, ob das gut ist oder nicht, was wir da machen. Und dann kannst du es nicht unbedingt gut bewerten. Und wenn wir im Risiko stehen, wir wissen, was wir tun. Und das ist möglich, das machen wir vereinzelt auch. Aber in den allermeisten Fällen sagen die Eigentümer, you have it und ich fühle mich gut mit euch. Ich freue mich, dass ich es an euch vermieten konnte. Und wie erreicht man dich jetzt am besten, wenn man jetzt mit dir zusammenarbeitet? Ganz einfach, gehst bei uns auf die Webseite, vocation-apartments.ch, klickst auf den Kopf für Immobilienbesitzer und bist direkt da. Du kannst uns eine Anfrage schicken. Du blendest auch nochmal unten ein, das heißt, du kannst einfach draufklicken. Und ja, super, vielen, vielen Dank, du hast Spaß gemacht. Wenn du als Zuschauer jetzt, wenn dir das Interview gefallen hat und du auch mehr von solchen Content sehen willst, dann abonniere unbedingt unseren Kanal und klicke auch auf die Glocke, damit du jederzeit informiert bist, wenn wir mal wieder ein neues Video rausbringen. Also viel Erfolg und bis bald. 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 Vielen Dank.